Marke Luxe Fachpartner sind wir seit 15 Jahren, wo wir ausschließlich mit Marke Luxe im Sonnenschutz zusammenarbeiten. Seit ca. 20 Jahren hat das allerdings angefangen. Kontinuierlich dabei geblieben, weil es einfach eine gute und problemlose Zusammenarbeit war. Da wir uns auch in der Firma so aufgestellt haben, dass wir sagen, hochwertig, passt das einfach wunderbar zusammen. Das Besondere ist, dass wir komplett freistehend sind. Wir haben keine feste Verbindung zum Gebäude. Ja, wir dürfen das nicht in den Fußboden verschrauben, also keine Fundamente oder sowas oder in den Boden bohren, weil hier drunter eine große Tiefgarage ist. An die Wand oder ans Gebäude darf man nicht gehen, einfach weil es hauptsächlich alles Pfostenriegelkonstruktionen sind mit Fensteranlagen, wo wir nicht rangehen dürfen. Somit blieb halt die freistehende Variante. Und da war da mit der Pergola und dem Synchra-System von Marke Luxe eine sehr gute Lösung haben, um eine Außengastung überhaupt möglich zu machen hier am Rheinauhafen. Was ist die Befüllung der Punkte? Sagen wir mal so, bei den Beschwerungspunkten ist halt die Befüllung der Punkte. Wir haben da jetzt praktisch Beton-Gehwegsplatten reingepackt in diese Kästen, insgesamt 75 Platten. Also wir haben ein Gesamtgewicht da irgendwo drin von knapp einer Tonne, weil hier starke Windbedingungen auch herrschen zwischen den Kranhäusern. Die sind halt dimensioniert worden durch die Statik von Marke Luxe, die haben das berechnet. Ja und wir haben sie beschwert und befüllt, sodass jetzt das ganze Konstrukt eigentlich auch sicher steht. Also herausragend in den ganzen Jahren war im Prinzip die Termintreue. Das geht alles wirklich reibungslos. Das ist meistens wirklich über Telefons, meistens geklärt, kurze Skizze eingereicht. Und innerhalb der nächsten drei, vier Arbeitstage hat man in der Regel eine fertige Lösung. Also es geht wirklich immer innerhalb von einer Woche alles. Marketing-Werkzeuge bekommen wir gut an die Hand und haben somit halt auch alles an die Hand bekommen, um ein gutes Produkt, auch hochwertig zu verkaufen. Wenn mal was war, gibt es auch eine sehr gute Reklamationsbearbeitung, dass man dann als Fachpartner auch nicht wirklich im Regen stehen gelassen wird, sondern dass dann da auch zusammen versucht wird, den Endkunden auch immer wirklich zufriedenzustellen. Und was es kostet, praktisch erstmal nach hinten angestellt wird. Das ist Hauptsache der Kunde ist zufrieden. Und das ist eine Zusammenarbeit, die dann schon herausragend ist in der Branche. Und das ist eine Zusammenarbeit, die dann in der Branche. Und das ist eine Zusammenarbeit, die dann in der Branche.